Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Zyklen des Stirb und Werde, der transformativen Kraft des Planeten Pluto. Und wir haben ja schon in den letzten Wochen viel über Pluto miteinander gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was bedeutet das, wenn er in den Wassermann reingeht. Ich habe vom Bankencrash gesprochen und von diesem Pluto-Zyklus im Steinbock. Und heute möchte ich einen historischen Überblick über den Pluto machen mit den Ereignissen, die man so nachvollziehen kann mit den Pluto-Zyklen. Und ich möchte dir einfach aufzeigen, wie bedeutsam dieser Wechsel dieses Generationsplaneten eigentlich ist. Und das umfasst so alle Generationen, also von den Traditionalisten hin zu den Babyboomern, zur Generation XY, sie und so weiter. Also es geht wirklich in jede, es betrifft uns jetzt einfach so die letzten Generationen. Und schauen wir einfach mal rein, was wir da entdecken können und ob es überhaupt bedeutsame historische Ereignisse gegeben hat oder eher nicht. Und ich kann dir sagen, bleib dran, es bleibt spannend, denn Pluto ist wirklich ein Transformator. Es geht um Stirb und Werde, es geht um Macht und Unmacht und es geht um ganz viel Transformation und eine Änderung der Zeitenqualität. Und immer wenn du jetzt hörst, wir stehen an dieser Schwelle, an dieser Schwelle, dass sich die Zeitqualität wieder ändert, dann möchte ich dir mit diesem Überblick heute einfach einmal deutlich machen, wie sehr da wirklich Änderungen geschehen sind zu diesen Pluto-Zyklen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jedes historische Ereignis, das ich hier rausgesucht habe, und das ist ganz wichtig, unbedingt mit Pluto zu tun haben muss, da hat es natürlich auch andere Auslösungen dazu gegeben, aber, und das ist das Wesentliche, es sind verblüffende Ereignisse, sind Ereignisse, die ganz, ganz klar einen Wandel im Bewusstsein der Menschen auch ausgelöst haben. Und letzten Endes geht es ja um Bewusstwerdung. Wir sind jetzt alle am Leben, okay, aber es geht um Bewusstwerdung. Wie wachsen wir denn in uns? Wie entwickeln wir denn unser Bewusstsein? Und das ist ja letzten Endes die Thematik, mit der ich mich seit über 20 Jahren beschäftige. Wie wirst du bewusster? Wie wirst du klarer? Und bevor wir jetzt gleich anfangen mit den Pluto-Zyklen, möchte ich noch einmal etwas Werbung in eigener Sache machen. Am 15. April startet die Ausbildung Mediale Energetik, wo es wirklich darum geht, das eigene Bewusstsein, das eigene Licht zu trainieren und ganz klar in die eigene Kraft, in die eigene Mitte zu kommen. Findet live in Linz statt bei mir in der Praxis und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Aber jetzt starten wir gleich in den Pluto rein und schauen uns einmal die Pluto-Zyklen an. Ich habe also geschaut, wann wechselt der Pluto in ein anderes Zeichen. Du siehst also, 1914 wechselt Pluto in das Zeichen Krebs. Und was war 1914? Das Attentat von Sarajevo, das ja letzten Endes dann zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Also mit den ganzen Ultimaten und den ganzen Kriegserklärungen dann hinten nach. Also 1914, Ausbruch des Ersten Weltkriegs, Pluto wechselt ins Zeichen Krebs. Und jetzt kann man sich ja mal vorstellen, okay, was bedeutet denn das Krebs? Krebs steht das für das Prinzip Familie und steht für das Prinzip Fürsorge. Und da kann man sich schon vorstellen, dass dieser Krieg auch letzten Endes natürlich zum Zerfall von Österreich-Ungarn geführt hat, also vom Kaiserreich auch. Und was kann denn da die Qualität gewesen sein? Was hat sich denn da transformiert? Und meines Erachtens nach ist das auch schon so der Beginn, auch der Zerfall dieser elitären Häuser, dieser Familienhäuser, also dieser Adelsfamilien. Wenn man sich das mal vorstellt, Familie wird transformiert, Adel wird transformiert und zerbricht immer mehr. Also diese Herkunft, dieser Stammbaum wird weniger wichtig und transformiert sich, wandelt sich immer mehr in dieser Zeit. Also wir haben Pluto in Krebs auf jeden Fall Beginn Erster Weltkrieg. Jetzt kannst du dir denken, na gut, was soll jetzt noch kommen? Nein, aber Pluto wechselt natürlich vom Krebs weiter und zwar schon ganz munter im Jahr 1939 wechselt der Pluto in den Löwen. Naja, was ist da passiert 1939? Ich will jetzt keinen Geschichtsunterricht daraus machen, aber das war der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Also da startete der Zweite Weltkrieg und Pluto wechselte das Zeichen. Ein Krieg vielleicht mit einer anderen Qualität. Pluto in Löwe heißt ja auch der Wandel des, ja man kann sagen ein bisschen des Egos, der Wandel so der Würde, des Auftretens. Löwe ist ja auch jemand, der sehr stolz ist, der Wandel des Stolzes. Und letzten Endes, wenn man sieht, wie dann Mitteleuropa gebrochen aus diesem Krieg auch wieder rausging, dann kann man schon sagen, okay, das hat schon das Löwe-Prinzip, diese Würde einfach transformiert und natürlich auf grauenhafte Art und Weise transformiert. Ich denke, wir brauchen nicht auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs eingehen. 1957 wechselt der Pluto dann in die Jungfrau rein. Und was ist 1957 denn passiert? Da startet zuerst einmal 1956 die Aufrüstung der BRD und auch in Ostdeutschland quasi die NVA. Also Deutschland rüstet zum ersten Mal wieder auf. Und ein großes Ereignis wirtschaftlich ist die Gründung natürlich der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die dann letzten Endes natürlich zur EU wird. Also in der Jungfrau, da geht es ja auch um Zukunftsplanen, um rationell sein und natürlich auch so ums Forschen, um das Wissenschaft. Und es beginnt 1957 auch mit dem Sputnik-Satelliten, das Rennen in den Weltraum. Also das Zeitalter der Raumfahrt beginnt 1957. Und wir haben auch wirtschaftlich eine Krise, und zwar die Kohlekrise in Deutschland, das große Zechersterben beginnt 1957. Und der USA- und UdSSR-Konflikt wacht halt quasi auf, dieser sogenannte Kalte Krieg kriegt da auch nochmal mehr Feuer. Also du siehst auch, Pluto in der Jungfrau ändert auch wieder die Zeit, wie wir denken. Man kann sich das ja vorstellen, auf einmal sind wir möglich, also ist es möglich, dass der Mensch etwas in den Weltraum schießt und noch einmal der sogenannte Feind Russland natürlich, denn dass der da was raufschießt, war für die westliche Welt natürlich ein Schock. Dass die Russen quasi dieses Rennen gewonnen haben in dem Weltraum. Und das ist eine ganz andere Bewusstheit wieder. Das ist eine Transformation auch des Technischen, des Forschenden. Ganz andere Möglichkeiten entstehen dadurch. Und du siehst schon, auch da wandelt sich wieder das Bewusstsein rein. Also das ist ein anderer Zyklus, eine ganz neue Zeit beginnt da. Wie geht es weiter? Von der Jungfrau wechselt der Pluto dann über 1971 in die Waage. Und das ist jetzt eine ganz, ganz spannende Zeit grundsätzlich, weil, warum ist das interessant? Denn Waage ist ein Luftzeichen. Und der Pluto wechselt ja jetzt wieder, also von einem Erdzeichen in ein Luftzeichen rein. Und vielleicht finden wir da Parallelen. Und was ist passiert? Was können wir 1971 da wahrnehmen? Greenpeace wird gegründet. Also eine Umweltorganisation wird gegründet. Und wenn wir jetzt in unsere Zeit schauen, was haben wir denn da? Fridays for the Future, die letzte Generation. Also dieses Thema Umweltschutz wird auf einmal wieder populärer oder drängt wieder mehr ins Bewusstsein rein. Luft, Zeitalter, Umweltschutz, 1971 Greenpeace. Und jetzt haben wir diesen Aktivismus, also diesen Umweltaktivismus. Und haben wir vielleicht noch eine Parallele? Denken wir mal etwas nach und gehen zurück. Und dann merken wir 1973, also am Anfang dieser Luftepoche, gab es die Ölkrise. Da gab es ein Lieferembargo der arabischen Staaten. Und wie hat das uns betroffen? Also Deutschland wurde da auch bis ins Markt getroffen davon. Es gab die autofreien Sonntage. Es wurde beschlossen, öffentliche Gebäude nicht mehr so zu heizen. Mit der Beleuchtung wurde gespart. Also wir erkennen durchaus Parallelen mit Energiekrise, Ölknappheit. Jetzt haben wir es zwar durch eigene Embargos, so quasi selbst zu verantworten auch, und natürlich durch die Ukraine-Krise, durch diesen Krieg. Aber es sind Parallelen da. Und wenn wir jetzt weiterschauen, wie entwickelt sich denn dieser Zyklus weiter? Und dann kommt der Pluto natürlich von der Waage in sein eigenes Haus, in den Skorpion, 1983. Naja, und gibt es da irgendetwas, gibt es da irgendetwas, was uns da, was uns da auf das Prinzip Pluto hinweist? Naja, das erste ist mal, US-Raketen werden in Europa stationiert. Und obwohl es enorme Friedensproteste gibt, also ich habe das mal recherchiert, über eine Million Menschen haben eine Menschenkette gebildet, um dagegen zu protestieren. Hat alles nichts genützt, denn wofür Frieden? Wir haben Raketen in Europa stationiert. Und das ist schon einmal ein natürlich sehr plutonischer Vorgang. Noch dazu eben so solche, also Waffensysteme strategisch positionieren, passt natürlich super zu Pluto in Skorpion. Was haben wir noch? 1983 dringt zum ersten Mal die Krankheit HIV, also AIDS, ins Bewusstsein der Deutschen. Und es wird dann auch Ende 83 die erste AIDS-Hilfe gegründet. Und was hat das denn gemacht, dieses HIV? Wenn du in dieser Zeit aufgewachsen bist, hast du auf einmal Sexualität als tödliche Gefahr wahrgenommen. Das war vorher noch nicht da. Und wenn das nicht Pluto in Skorpion widerspiegelt, also diese Bedrohung über die Sexualität, du kannst über Sexualität sterben, das ist ja schon etwas ganz Enormes. Und da geht es natürlich dann auch noch einmal um diese, unter Anführungszeichen, Fetische, um die dunkle Sexualität, um diese leidenschaftliche Sexualität, diese Anspannungen. Also das ist schon ein Riesenthema. Und um dem ganzen Prinzip Pluto in Skorpion noch eins draufzusetzen, 1983, wird auch noch im Weltall das erste schwarze Loch entdeckt. Also ein Loch ins Nichts. Und wenn das ins Nirgendwo hingeht, wo man nicht weiß, was ist das? Es verschlingt einfach Sterne. Da ist einfach nichts mehr da. Und jetzt stell dir das mal vor. Also dieses Sternlichtverschlingende passt natürlich auch zu dieser transformativen Kraft des Pluto, der transformativen Qualität des Pluto. Und deshalb finde ich das sehr, sehr prägende Ereignisse aus dem Jahr 1983. Wie geht es weiter? Der Pluto verweilt natürlich nicht im Skorpion und kommt dann in den Schützen. Jetzt heißt es ja immer, der Schütze, der ist ja, der macht Grenzen auf, der erweitert, da wird alles leichter. Und tatsächlich 1995 endet auch der Bosnienkrieg. Da gab es noch einige große Massaker im 95er, aber es endet dann der Bosnienkrieg 1995. Da passiert also schon mal ein, da wird etwas leichter wieder nach der plutonischen Zeit, nach der Skorp, Pluto im Skorpion, wo der ganz stark ist, das steht auch für Krieg. Also Jugoslawienkrieg endet dort quasi, der Bosnienkrieg. Und es treten 1995 Österreich, Finnland und Schweden der EU bei. Das heißt, das ist diese Wirtschaftsgemeinschaft EU, wir treten bei, also Österreich tritt dabei. Das passt ja auch zu einer Transformation, dass etwas größer wird, dass es etwas weiter wird, dass auch das sogenannte Europa einfach weiter wächst. Und das ist ja so Pluto im Schützen. Und Pluto Jupiter, Pluto Schütze, hat ja auch so den Beigeschmack, so ein bisschen der falsche Guru, das falsche Versprechen. Und wenn man sich das dann anschaut, was die EU so teilweise uns gebracht hat oder dann gehalten hat, wo es geheißen hat, nein, nein, es wird keine Einheitswährung geben, zum Beispiel, das ist nur eines der Beispiele, dann muss man schon sagen, okay, vielleicht war da so ein bisschen der falsche Erlösergedanke, auch dahinter der falsche Prophet, ein bisschen dahinter. Wobei das jetzt keine Aussage kontra EU sein soll, sondern einfach nur einmal so ein bisschen noch dieses Plutonische damit reinzubringen. Naja, und jetzt rasen wir weiter. Man sieht ja, Pluto kann man große Sprünge machen, der bleibt ja recht lange in einem Zeichen drinnen. Und wir gehen jetzt weiter 2008 in den Steinbock. Und was hatten wir 2008? Habe ich hier schon besprochen. Die Bankenkrise, Immobilienkrise in den USA, die sich natürlich dann auch etwas später bei uns ausgewirkt hat. Und darum habe ich ja gesagt, wir sind jetzt am Ende dieser Steinbock-Periode und gehen jetzt wieder in diese Luftperiode rein, wo Pluto dann auch wieder in den Wassermann wechselt. Und wieder krachen die Banken mit der Silicon Valley Bank, Credit Suisse, was so durch die Medien gerauscht ist. Also man merkt, es gibt da durchaus so gewisse Parallelen. Und wenn du weiterschaust, noch einmal zu dieser Luftepoche, Klima ist ein großes Thema, dann kann man schon sagen, okay, vielleicht gibt es doch Themen auf einer anderen Frequenz, in einer anderen Note und die kehren dann wieder. Und deshalb finde ich eben, wie gesagt, diese Periode da in der Waage, so 1971, durchaus spannend, eben mit Ölkrise und so weiter. Und ich glaube auch, dass es natürlich über diesen Umweltschutzeinschränkungen geben wird. Ja, wie findest du diese Plutozyklen? Und wie verortest du da vielleicht auch ein bisschen so die Leute, die in diesen Zeiten aufgewachsen sind? Wo bist du geboren? Wie hast du den Wandel wahrgenommen? Ich schätze jetzt mal, wenn man sich so die Statistiken anschaut, wirst du auch irgendwo so in dieser 71er-Periode geboren worden sein, also zwischen 71, 83 herum, schätze ich mal. Und wie hast du dann diese Zyklen erlebt? Also da gibt es ja schon Erfahrungswerte natürlich in deinem Leben. Da hat ja Pluto schon ein paar Mal so das Haus gewechselt. Hast du dann einen Wandel gespürt? Ich wünsche dir jetzt eine fantastische Zeit. Ich hoffe, das Video hat dich unterhalten und hat dir Spaß gemacht. Und vor allem noch einmal, Pluto ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist immer das Verderben, das da wandelt. In der Astrologie gibt es so etwas wie das Verderben, das Wandelnde oder der schleichende Tod. Das kann man so nicht sagen. Es geht wirklich darum, Zeitzyklen, Zeitqualitäten zu erkennen und für sich zu nutzen. Was ist der Zeitgeist und wie nutze ich diesen Zeitgeist am besten für mich? Ich wünsche dir eine fantastische Zeit und alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver René. Tschüss, bis nächstes Mal.